Oh, tja, Merkendürstle. Vielleicht läuft da heute noch was. Es ist einfach recht stabil. Aber für Brutz und Sonne umso mehr drauf. Aber jetzt erstmal nur einen Abgleiter. Spirale üben. Ist das ein geiles Wetter. Nachher fliege ich an die Südseite da rüber. Oder Südost. Kommt man gar nicht mal so hoch raus. Also 600 Höhenmeter hat man schon noch im Sommer dann wieder da hinten alles abfliegen. Da freue ich mich schon wieder drauf. Soll ich jetzt das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Puh, so früh am Morgen. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Glück. ein bisschen höhe hat man da schon zum verbraten ein bisschen höhe hat man da schon und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schade, dass die Südseite ein Naturschutzgebiet ist. Nein, da ist nichts mit Thermik heute. Vielleicht noch später um 2 Uhr oder so, aber ich glaube es ja nicht. Es ist so warm am Startplatz. Jetzt habe ich einfach nicht auf den Dominik gewartet, weil der Schirm gerade so gut stand. Dann bin ich doch einfach gestartet. So, das Vorhin war ein Minus 9,8. Vielleicht knacke ich heute jetzt Minus 10 Mal. Nette Steilspirale. Das hat sich mal nach Spirale angefühlt. Na gut, so ist mir das schnell unten. Das ist ein Salm. Das ist es erste. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jawoll Jawoll Ja Sieht gut aus Weckt sogar leicht Hier Jetzt ist Luft aktiv was heute morgen Tut sie ein bisschen was Aber tut sich nichts Dann eher noch hier wo der Wind dagegen Schießt Aber auch nicht wirklich Fahrzeug ist aufgegangen Hier sind ja brutal viele Viehschirme unterwegs Am Mittag könnte es jetzt gehen Mit dem Nord-Ost-Wind Ich will jetzt endlich an die Kante davor Ja Da geht ein bisschen was Nein, da geht nichts Vielleicht nur da hinten War das gerade echt ein Klapper Ein kleiner Vielleicht meine Wirbelschleppe Kreist der da vorne In irgendeiner Art Thermik vielleicht Der da links Kreist auch Sieht natürlich aus Der da macht Ein Vogel Ich spüre was Geil Weiter in die Richtung Weiter in die Richtung Wie es aussieht Wie hoch ist der Dominik Wie hoch ist der Dominik Wie hoch ist die Fahrt Wie hoch ist das aus Das ist dumm, da können wir noch recht weit oben, geil. Das ist dumm, da können wir noch recht. jetzt geht Kamera an. Für meinen geilen Start ist er öffne nicht angegangen. Es ist voll Nordwind und es ist ja ein Oststartplatz. Dann habe ich Richtung Nord aufgezogen, auf der Pistin lang nach Norden gelaufen und dann rechts abgesprungen. Da könnte schon was gehen, da hinten an der Kante. Jetzt bin ich erstmal im Lee wahrscheinlich. Zumindest nicht im Steigen. Dann habe ich hier ist halt auch keine Sonne. Nur Wind. Aber? Also 1295. Nix. Okay und tschüss. Hier irgendwo Steine rumdrehen. Vorhin kannte ich da links nicht besser. Aber da reicht mir zu hier nicht. Wackel. Ich habe gerade keine Ahnung, wo es hier am besten steigen wird. Das ist wohl am ehesten hier die Kante. Aber ich will eigentlich jetzt auch nicht einen Landeplatz verfehlen unbedingt. Der Wind ist wirklich ein bisschen notwestlich. Da ist Weyerkopf einfach nicht mehr so ideal. Oh Mann und hier geht ja gar nichts mehr. está gut. Habt ihr eine zählt vom Zeh? Ich hab dich sogar angelegt. Das machen wir normalerweise nicht. Soll ich mir erstmal die Jagd rausnehmen? In diesem Film kann man ja so einen Preis oder einen Film korrektieren.